Der BVB hat Anthony Modest für 5 Millionen Euro vom 1. FC Köln verpflichtet, um den langfristigen Ausfall von Sébastien Allaire zu kompensieren. Köln-Trainer Baumgart hat jetzt gegen Schalke gemeint, dass er Dietz aus der zweiten Mannschaft aufgestellt hat, da man halt grundsätzlich das ganze Spiel auf Flanken über außen ausgelegt hat, um dann halt in der Mitte mit Kopfballspielern zu arbeiten. Nun hat die Kölner mit Modest der beste offensive Kopfballspieler der Liga in Richtung Dortmund verlassen und weitere qualitativ gute Stürmer sind auf jeden Fall nötig, die eben auch über eine gewisse Kopfballstärke verfügen, damit der FC durch den Verlust von Modest seine Spielweise nicht unmittelbar nach dem Saisonbeginn noch umstellen muss. Ich habe jetzt mal so sieben Optionen herausgearbeitet, mit denen man verfahren könnte, und ich fange direkt mal an mit der ersten Option. Und die wäre, dass man so in die Saison geht, wie der Kader aktuell zusammengestellt ist, ohne einen externen Ersatz zu holen, was jetzt angesichts der finanziellen Situation auch nicht das Allerschlechteste wäre. Man hat mit Dietz auch gegen Schalke gewonnen, jetzt das erste Saisonspiel. Ich will ihn jetzt hier nicht kleinreden, er hat es nicht schlecht gemacht und könnte auch als Joker eine Rolle spielen, aber auf Dauer und gegen andere Gegner wird er auf jeden Fall eine höhere Qualität benötigt, auch wenn man jetzt mit Tigges, Lemperle und Adamjan schon drei gute Kopfballspieler hat. Man hätte auch noch Andersson, den man aber noch abgeben möchte und der auch eigentlich dauerhaft verletzt ist. Dementsprechend haben alle Optionen nur wenig Erfahrung auf hohem Niveau und ihre Qualität ist nur bedingt für die Bundesliga und die Conference League ausreichend. Daher wäre es meiner Meinung nach notwendig, einen erfahrenen Ersatz zu holen. Das wäre zum Beispiel Branimir Rygota von Fürth. Aktuell ist das so das einzige Gerücht, das derzeit um Köln schwirrt, was einen Modest-Ersatz bzw. Nachfolger angeht. Doch um das gleich mal zu bewerten, Rygota würde meiner Meinung nach nicht in das gesuchte Profil passen, denn trotz seiner Größe von 1,85 Meter ist er nicht kopfballstark und auch nicht sonderlich abschlussstark, sondern seine Stärken liegen vor allem im Pressing, gegen den Ball und auch im Spielerischen. So lässt er sich oft ins Mittelfeld fallen, um Bälle abzuholen und dementsprechend würde er eher zur Rolle des Zehners passen bei Köln und könnte nur bedingt als der gesuchte Zielspieler fungieren. Ich habe jetzt auch nochmal bei meinem Video geschaut, in dem ich mir mögliche Stürmer als Ersatz für Allaire angeschaut habe. Da habe ich unter anderem über Modest gesprochen, der es ja jetzt auch geworden ist und habe dann bei dem Video geschaut, ob da auch jemand für Köln passen könnte. Die ganzen großen Namen wie Cavani und so weiter kann man natürlich ausschließen, aber einer wäre möglich und er hat auch schon eine Kölner Vergangenheit, nämlich handelt es sich dabei um John Cordoba. Er kennt die Bundesliga, spielt aktuell mit einem Marktwert von 15 Millionen Euro in Russland und könnte aufgrund des Krieges dort seinen Vertrag für ein Jahr aussetzen und in der Zeit noch einmal für Köln spielen, was ja der Bundesliga-Verein war, bei dem er am besten funktioniert hat. Seine größte Stärke ist dabei der Abschluss, auch wenn er per Kopf nur ein durchschnittlicher Spieler ist, mit seiner Größe von 1,88 Meter. Mein nächster Vorschlag ist Ishak Belfodil, der ja aktuell noch vereinslos ist, als ablösefrei zu haben. Bei ihm hatte ich tatsächlich auch überlegt, ihn schon beim BVB vorzuschlagen. Da ich wirklich viel von ihm halte, habe mich dann aber doch dagegen entschieden, da er nicht ganz auf dem Niveau ist. Aber ich finde, für Köln wäre er echt perfekt, so von der Qualität, denn er ist kopfballstark und trotz seiner Größe von 1,92 Meter ist vor allem seine Technik bestechend und er kann auch gut ins Passspiel mit eingebunden werden. Er ist eiskalt vor dem Tor und wäre für Köln eine fußballerisch herausragende Lösung, auch wenn er menschlich manchmal so ein bisschen schwierig ist. Meine nächste Option ist somit die kurioseste in der Liste, denn es geht um Artem Tchuba. Der 33-jährige Russe hat nie woanders gespielt als in Russland und ist nun vereinslos. 30 Tore in 55 Länderspielen sprechen für ihn. Selbst letzte Saison erzielte er noch 0,62 Tore pro 90 Minuten für Zenit St. Petersburg. Er ist zwar mittlerweile über seinem Zenit hinaus, aber bringt mit einem Marktwert von 6 Millionen Euro dennoch eine hohe Qualität mit und vor allem sehr viel Erfahrung. Selbst letzte Saison überzeugte er noch in Champions und Europa League und mit seiner Größe von 1,96 Meter erzielte er immer mehr Tore mit dem Kopf, umso älter er wurde. Hat er noch einmal Bock woanders zu spielen und auf ein neues Abenteuer, aber dennoch mit europäischen Spielen, dann wäre Köln die richtige Adresse. Mein nächster Kandidat spielt aktuell in der 2. Bundesliga und es handelt sich dabei um Yanni Serra. Er kommt modest von der Kopfballquote her am nächsten, sofern er die Flanken dazu geliefert bekommt. In der Zweitligasaison 2021 hat er für Kiel 6 von 13 Toren per Kopf erzielt. Bei Bielefeld hat er dann aufgrund der defensiven Spielweise nicht mehr so glänzen können, Köln würde ihm aber aufgrund der vielen Flanken perfekt liegen. Serra ist außerdem sehr gut im Pressing gegen den Ball und auch spielerisch insofern begabt, dass er die Bälle gut festmacht und super auf seine in die Tiefe einstarteten Mitspieler weiterleitet. Das könnte dann zum Beispiel gut mit dem schnellen Linden meiner harmonieren. Serra ist 1,93 Meter groß und sollte mit einem Marktwert von 1,8 Millionen Euro mit der Modest-Ablöse zu finanzieren sein und wird auch bedeutend weniger verdienen als der Franzose. Die letzte Option für das Video, die meiner Meinung nach auch gut passen würde, ist Joel Pojampalo. Der 27-jährige Finne ist seit 2013 bei Leverkusen, war aber meist an andere Vereine verliehen. Vor drei Jahren überzeugte er für den HSV, vor zwei für Union Berlin und letztes Jahr mit 16 Treffern in der Türkei für Rizispor. Sein Vertrag läuft noch ein Jahr und Leverkusen würde ihn für seinen Marktwert von 2,5 Millionen Euro wohl verkaufen. Seine größte Stärke liegt in der Offensive im Stellungsspiel, so ist er oft an der richtigen Stelle und drückt dann den Ball über die Linie, wobei er nur wenige Chancen liegen lässt. Zudem ist er mit 1,86 Meter ziemlich kopfballstark, auch wenn er Mängel im fußballerischen Bereich aufweist und auch nicht der Beste gegen den Ball ist, aber das war Modest ja auch nicht. Er wäre eine perfekte Ergänzung für die aktuell unerfahrenen weiteren Stürmer und könnte mit seiner Erfahrung helfen, auch wenn er des Öfteren mal verletzt ist. Das waren also meine sieben Optionen, wie der 1. FC Köln nun handeln könnte, um den Modestabgang möglichst gut zu kompensieren und dennoch möglichst gut in der Bundesliga und auch in der Conference League abzuschneiden. Was sagt ihr zu meinen Vorschlägen? Habt ihr andere Vorschläge? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao!